Das ist deine Beziehung mit der Rieferkollegen über die Rieferkollegen. Er ist also heute in der Rieferkollegen von Ligabold aus der Klasse der Räume. Ich glaube, der Hinweis hier auf unsere Schrauben. Hier steht die Rieferkollegen für eure Tasche. Die Rieferkollegen kann sein. Die Rieferkollegen ist jetzt hier. Die Rieferkollegen sind nicht allgemein. Die Rieferkollegen ist immer ein Foto in der Klasse. Die Rieferkollegen angeht. Was ist das? Sollte Es ist ein großer Gedächtnis. Ja, ne, es willy. Der Audi ist von mir. Hallo, it's alright. Ich bin nicht zurecht, dass ich jetzt auch ein Mikro habe. Guten Morgen, Yannick, hast du drauf? Ja, sicher. Seid ihr gut drauf? Ja! Wahnsinn, das ist das Schleigehobisch für mich, ne? Ok. Stefan, entschuldige mich. Glaubst du? Ja. Also, wenn ihr genauso an dem Ding sind wollt, wie Schiffler, schreibt hier jetzt 2,50 auf euren Zettel, und der Rest ist die 0,50. Das ergibt es sehr. Ja, ob die Zeichen. Genau, das hat er gelernt, genau. Dann darf ich sogar sagen, ja, du bist doch ein bisschen kopfiger. Das ist ja auch ein bisschen kopfiger. Hör mal, ich bin ja auf meiner Seite. Ja, nein, nein... Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das hat man gestern schon sich geschoben. Blue Style! Zur Bühne. Ebenso zur Bühne wie zu mir. Es geht in einer durch den Halten von oben und dann drei Meter. Die Bühne. Die Bühne. Von Lambda Tech. Die Bühne. Die Bühne. Der Technik. Die Bühne. Die Kost ziehen aus dem Auto. Der Fahne, der Gericht in Dezember. Der Gericht. 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 Ich hab's eben gesehen. Bisschen unterbrochen. Lampa. Lampa. Komm mal nach vorne.